Hallöchen meine lieben frohen in der Nacht und willkommen zurück hier zur Sonntagspirsch. Heute wieder mit dabei der Chaos. Hallo. Hallo Chaos. Hallo. Und wir sind im zweiten Versuch für heute. Genau. Falls ihr euch fragt, hä, was will dein Lamed sagen? Ähm, ja, gerade eben, wir hatten gerade ein wunderschönes Wildschwein vor der Flinte für den Chaos. Und was macht denn das Spiel? Tschüss. Hat uns rausgeworfen. Ja. Also das Ganze noch mal von vorne. Das Problem ist natürlich, ähm, die Ausrüstung, mal gucken, ob die noch da ist, wo sie ist. Die Ausrüstung ist noch da, wo sie hingehört. Sehr schön. Mir auch. Das Problem ist natürlich, der Sand Eliminator ist natürlich noch nicht auf uns aufgetragen. Beziehungsweise wir haben sogar einen verbraucht. Ja, wir haben einen verbraten, richtig, für umsonst. Machen wir doch erst später, oder? Ne, der geht doch eine Stunde. Na gut. Und so weit sind wir ja vom Fass nicht. Ähm, also erzählen wir das Neue. So, wir sind... Das fängt genauso an, wie gerade eben. Ne, nicht ganz. Die Viecher sind diesmal hinten im Feld. Ich würde sagen, wir rufen sie erst, wenn wir bei der Straße unten sind. Ja. Gehen wir erstmal Normaltempo Straße runter und dann rufen wir sie. Bei mir ist es irgendwie links von euch. Ja, bei mir auch. Achso, okay. Ähm, ja. Also, wir befinden uns aktuell auf Hirschfelden, wie ihr gesehen habt, weil nur da gibt es Wildschweine. Das hat einen Grund, weil seit vorgestern, vorgestern, ne? Ja, vorgestern. Seit vorgestern gibt es den, äh, Hawkfeeder, äh, Fieder, den, 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 den Schweinefutterautomat, zu deutsch. So würde er wahrscheinlich heißen. Ich, ich nenne ihn jetzt so, weil es ist ja ein vollautomatisiertes Fütterungsgerät. Wir haben das Gespräch gar nicht schon geführt. Ich hasse dieses Déjà-vu-Gefühl. Ja, das stimmt. Ähm, ist im Prinzip das gleiche wie ein Bärenfass, ähm, ein automatisierter Futterspender, wo man oben Lock-Futter reinschmeißt für die Wildschweine und auch für die verwilderten Schweine. Ähm, und in bestimmten Zeitabständen schmeißt der das Futter raus und, ähm, lockt halt die Tiere dort an und hält die halt bei der Stange, damit sie vor Ort bleiben. Sorgt natürlich, denn, wie beim Bärenfass, dafür, dass, ähm, man ein gutes, übersichtliches, ähm, einen übersichtlichen Jagdspot hat. Und man natürlich dann gemütlich von einem Baumhochsitz, von einem Tarnzelt, von, drei-Punkt-Sitz oder meinetwegen sogar aus von einem normalen Hochsitz aus, ähm, man die Tiere bejagen kann und sich natürlich die dicksten Brocken rauspicken kann. Ähm, aktuell waren wir bei einer Attraktivität von 18. Ich hoffe, wir sind nach dem Absturz noch bei der Attraktivität von 18. Ja, ich denke mal schon. Ich glaube nicht, dass sie sich die erinnert hat, oder? Äh, äh, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Weil wir waren ja nicht in der Nähe, also wir waren nicht in deren Umkreis. So, richtig. Also wir werden es sehen, ähm, ob uns nicht der Absturz da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gezogen hat. Das ist jetzt nicht die beste Attraktivität, aber das Ding steht gerade mal knapp 24 Stunden an der Stelle, ein bisschen drüber. Ich habe nur was gestern gegen 15, 16 Uhr aufgestellt. Wir haben heute 21.30 Uhr haben wir aktuell. Also, ein bisschen was drüber. Mal gucken, ob es was gebracht hat. Ja, ja, ja. Ah, Schweinchen. Neues Schweinchen. Wie darf ich auch wieder zwei? Halt, nee, Moment, das ist ein anderes. So, ich habe mal gerufen. Das ist ein anderes. Ich habe mal ruft. Ist aber selber Richtung, oder? Nee. Nicht? Das eine ist hier quasi so jetzt schräg hinter uns gewesen. Ja. Und das andere ist jetzt dann drüben an der zweiten Straße, die wir jetzt quasi hier quer rüber haben. Ach, jetzt regnet das auch schon wieder. Und genau wie eben fängt es an zu regnen, also das hat uns eben schon den Tag vermisst. Ja, weil ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Also Chaos meinte, eigentlich haben sie das gebugfixt. Ja. Wir haben heute einen Bugfix rausgehauen, der eigentlich diesen Abschluss... Hört mal stehen, hier, die Richtung, da auf dem Hügel. Zwischen den beiden... Oh, 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 das sind mehrere. Drei Stück, vier Stück, sehe ich. Ja. Fünf. Fünf, 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 fünf. Das vordere ist das fetteste. Ey, das ist mir egal. Ich gehe mal in die Hocke. Ich auch, ich bin schon. Ich spotte gerade. Wir nähern uns, weil das Problem ist, Chaos meinte, es liegt daran, also er hat mal im Forum nachgeschaut, es kann durchaus daran liegen, dass die Kollisionsabfragen mit ein paar Objekten hier Probleme machen aktuell. Und hier stand so was drin, von wegen die Position oder so, die halt angenommen wird, dass die nicht stimmt, bringt das Spiel zum Abschluss. Und ich kann mir halt nur vorstellen, dass wenn man zum Beispiel in der Nähe von einem Heubein oder so ist, der quasi ja ein Hindernis dasteht und man dem zu nahe ist und das Spiel dann denkt, von wegen, ja, da kannst du aber jetzt gar nicht sein, weil da ist ja der Heubein. Und dann zack. Also quasi die Kollisionsabfragen haut nicht ganz hin. Genau. Für die, die kein Jägerlatein oder Jägersprache kennen, ich habe irgendwann mal gehört, die Stoßzehn oder Hauer bei Wildschwein nennt man Waffen. Klingt irgendwie auch logisch. Klingt logisch, wenn man bedenkt, was die Dinger anrichten können. Genau. Jetzt die Frage, was machen wir? Ähm, ich überlasse es dir, wenn du jetzt davon einen bejagen willst, dann warten wir und gucken, was wir kriegen können. Ansonsten gehen wir weiter nach rechts, ähm, zum Futterautomaten. Ich würde nämlich fast sagen, wir gehen zum Futterautomaten aus dem einfachen Grund, weil einfach, äh, wir hier zu nah dran sind. Wenn ich hier jetzt eins schieße, dann habe ich die Befürchtung, dass es sich halt schon negativ auf den Futterautomaten auswirkt und wir sehen dann gar nicht, was da ist. Ähm, dann gehen wir, schleichen wir uns mal zum Futterautomaten. Ähm, Problem natürlich, wir haben beim Futterautomaten, habe ich jetzt nicht aufgestellt, weil, sobald man sich dort auffällt, auch wenn man Sachen aufbaut, sinkt das ein bisschen die Attraktivität um ein, zwei Prozent schon. Ähm, und da wir gerade bei 18 waren, habe ich halt, ähm, da jetzt nichts aufgebaut, also kein Tarnzelt, kein, 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 kein Baumhochsitz. Das wollte ich dann erst später machen, wenn das Ding wie bei 50, 60 Prozent oder so ist, falls er so hoch kommt. Ähm, weil das dann einfach besser ist. Dann stören diese zwei Prozent, ähm, Klau durch das Aufstellen nichts. Ja. Als wenn ich das jetzt, äh, gemacht hätte, wo wir mal testen wollen, wie das Ding funktioniert. Ähm, aber ich sag mal, wir schmeißen mal kurz die Zuschauer raus und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann, äh. Bis gleich. So, wir sind angekommen. Da hinten dieses Alien-Etwas, ähm, was aussieht wie eine Sonde. Das da ist der Futterautomat. Und wir hören schon wieder was Blöcken. Das ist da hinten, würde ich fast sagen, ja. Das ist ein neues, das ist der. Ja, das ist da hinten ein Feld, haben wir nämlich gerade ein Männchen gesehen, also ein Keiler. Ähm, der wahrscheinlich gerade auf dem Weg ist hier zum Futterautomaten. Also schauen wir uns den mal genauer an. Ich würde sagen, der lohnt sich auf jeden Fall zu bejagen und ich hoffe, diesmal lässt uns nicht der Spiel in Stich. Ich hab ja so ein bisschen Angst, in die Nähe von Bäumen zu gehen jetzt. Ja, ich hab nicht nur Angst, in die Nähe von Bäumen zu gehen, sondern ich hab auch Angst, dass der Absturz durch was anderes verursacht werden könnte. Ähm, es gibt nämlich immer noch den Bug mit den Kollisionsboxen beim Beschießen. Ei, ei, ei. Du erinnerst dich, das eine Schwein, was im Erdboden verschwunden ist, als wir an meinen Tausender geschossen haben? Oh Gott, ja. Ja, das war nämlich so, dass wir beide auf ein und dasselbe Tier geschossen hatten, aus Versehen. Ich wollte eigentlich gar nicht darauf schießen, aber ich hab nicht gewusst, dass Chaos den im Visier hatte. Ich hab da ein Tier verwechselt im Eifer des Gefechts. Und, ähm, weil wir beide drauf geschossen haben, zum selben Zeitpunkt ist das Tier verbackt und lacht halt irgendwo in der Pampa. Also es war, also an sich, irgendwie war es wohl geschossen, andererseits wohl, aber dann auch irgendwie nicht, weil wenn ich näher gekommen bin, hat es mich zum Beispiel die ganze Zeit noch angeschrien. Genau. Es war ein bisschen gruselig. Bei mir stand es einfach mitten im Feld, mitten im Lauf stehen geblieben. Bei Chaos lag es etwa vier Meter weiter vorne, hat aber noch um Gnade gewimmert die ganze Zeit. Ähm, immer wenn er drauf geschossen ist, hat er Blutfontäne gespritzt. Wenn ich auf, äh, das was ich gesehen hab, drauf geschossen hab, ist keine Blutfontäne gespritzt. Wenn ich auf die Stelle geschossen hab, wo Chaos meinte, dass sein Tier liegt, kam wieder Blut. Also, das war total verbackt. Wir konnten es auch nicht einsammeln, bekamen dann aber hinterher von Doc eine Meldung. Wir haben ein verwundetes Tier zurückgelassen. Ja, wir konnten es aber nicht aufsammeln, lieber Doc. Das tut mir dann wirklich leid. Ja, das war etwas tragisch. Also, äh, du bist da. Also, ich, ich hab ihn, ich seh ihn, der sieht schön aus. Ich sag mal, könnte ein 8, 9 Hunderter sein. Ja, das ist die Frage, ob bei denen halt, ob ich den schießen soll. Ähm, hier ist, am Fass ist eh nichts los. Und ich hab mir gedacht, wir gehen heute noch auf Wildschweine, Rehe, Hirsche, auf alles, was es gibt. Weil ich hab ja alle drei Wettbewerbe aktuell aktiv. Ah, ich nicht. Ha, wie vorbildlich natürlich. Genau, wie vorbildlich. Das kannst du aber von dir aus einen schönen Breitseitenschuss geben, ne? Ja. Ja, aber nicht mit dem 300, äh, mit dem, mit dem Gewehr, oder mit? Ähm, Bogen kannst du jetzt noch, wir haben da 70 Meter weg. Ja, ne? Ja, mein Bogen kannst du zwar 60, aber... Ja, aber auf 60 hat er eine Tötungskraft von, äh, bei nichts. Federbausch. Außerdem, damit zielen ist sowieso so eine Sache. Ja. Warte mal, ich geh mal nach vorne, ich guck mal, ob ich mich hier hinlegen kann. Das wäre nämlich irgendwie ideal. Weil der steht wunderbar für einen schönen Herz-Zungentreffer. Kann ich mich hier hinlegen, um zu zählen? Nein, natürlich nicht. Dann machst du es aus der Hocke. Dann, äh, machen wir es aus der Hocke. Lässt dir gemütlich Zeit. Der steht eh gleich wieder. Siehst du, mal, der frisst nämlich gerade gemütlich. So. Dann warte ich, bis er sich nochmal hinstellt. Oder? Jetzt steht er. Ja. Das kribbelt immer noch so ein bisschen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also jetzt sind nicht irgendwie, weil, ähm, weil das so aufregend ist, sondern weil es einfach, weil die Waffe halt immer noch so ziemlich stark wackelt und man dann auch natürlich den besten Schuss setzen möchte, damit das Tier... Ja, komm, laufperfekt, da geht es nicht. Das war... Läuft. Mindestens Lunge, Lunge und Herz. Also mindestens ein Lungenflügel, also der linke Lungenflügel und das Herz auf jeden Fall. Recht... Ich hab auch Mühe gegeben, da extra hinzuschießen. Rechts weiß ich jetzt noch nicht, ob auch der rechte Lungenflügel mit dabei war. Also 300er, ich glaub, die ist schon... Könnt auf die Entfernungen... Sieht schon ordentlich. Guck mal. Ich sag, könnte auch beide so gewesen sein. Oh, Körper, linke Lunge, rechte Lunge. Herz knapp verfolgt, würde ich mal fast sagen. Ja, trotzdem. Aber immerhin durch. Lag sofort. Also 599,980 W. Oh, doch. Also nach Gewicht. Genau. Das war der, der der Chaos gerade geschossen hat. Also war noch nicht so schön. Es geht. Ich sag mal 599er. Oh, Arsch knapp an der 6 vorbei. Ja, naja. Trotzdem, schönes Tier. Ja. Mit sowas bin ich auch schon zufrieden. Jo, ne? Ich würde sagen, wir gehen... Also den Futterautomaten können wir jetzt da abschreiben. Und das war der Fall schon noch. Weil das war in Range und dadurch auf 0%. Ja, das Ding ist auf 0 reduziert. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Hochsitz, oder? Oh ja, klar. Schauen wir mal. Vielleicht fehlt mir noch irgendwo ein Reh. Der Wettbewerb will den Durchschnittsscore der drei Bestrehe haben. Na, dann musst du einiges schießen. Ja, ich mach das einfach nur mal so Just for Fun ja mit. Und ich sag mal, wir kommen dann gleich zu den Zuschauern zurück. Also bis gleich. Genau. Bis gleich. Hallöchen, meine Zuschauer. Da sind wir wieder. Und zwar... Ja, der Chaos, die ich sind gerade auf ein kleines Phänomen gestoßen. Und zwar haben wir hier vorne... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Fasane zu sitzen. Davon drei Männchen. Und wir haben keine Schrotflinten mit, mit Vogelschrot. Wir haben jeder als Zweitwaffe... Chaos hat Pfeil und Bogen mit dabei. Also den Packer Python. Und ich hab meine Armbrust mit. Und das sind nun mal nicht gerade die idealsten Waffen, damit auf Fasanenjagd zu gehen. Aber das einzigste... In der Luft. In der Luft. Und nur da zählt der Score. Und das sind aber die einzigsten legalen Waffen, die wir mithaben, um auf die Fasane schießen zu dürfen. Und ich sag mal jetzt, Challenge Accept. Ich schnapp mir mal die Armbrust. Und schleich mich mal langsam an die Fasane ran. Ich komm mal mit. Ich nehm auch mal meinen Bogen in die Hand. Mal sehen, was ich... Also ich will den aus der Dreiergruppe hier direkt vor mir, den mittleren nehmen. Ja, ich nehm einfach den linken. Okay. Ich muss nur gucken, wie weit der weg ist. Weil das Problem ist, ich muss auf mindestens 20 Meter rankommen. Und wir sind aktuell auf 46, 45. Komm, komm. Mein Linker da, der ist... Ah. Das wird nichts, wenn ich den linken nehme. Ich muss wahrscheinlich den rechten nehmen. So. Also wir versuchen es wirklich, die in der Luft mit der Armbrust zu schießen. Chaos sagt, wenn du soweit bist. Ich würde nämlich gleich gerne loslegen. Ich versuche den rechten. Ich sehe den nur gerade nicht. Das ist das Problem. Weil meiner ist auf 23 Meter ran. Darf ich? Ja, du darfst. Okay, also. Ich lege an. Ich visiere. Moment. Ah, verdammt. Ne. Ah, schade, 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 schade. Hast du noch irgendwas, was in der Luft ist? Ich habe hinter mir irgendwas erwischt. Also irgendwas geht noch, aber ich weiß nicht, ob ich in der Luft ist. Also ich weiß auch nicht. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo eine Spur haben, was uns, ich glaube, meiner ist auch gar nicht. Das war ein Schweinchen. Ja, das war ein Schweinchen. Das interessiert mich jetzt aber nicht. Wir wissen noch, dass hier vorne eine Loot-Spur ist. Den Spaß ist es mir... Da vorne ist eine Spur. Das ist Kacke. Kacki Häufchen. Da rechts sitzt noch einer, also ich weiß es nicht. Wo sitzt noch einer? Was ist das hier? Was ist das hier? Das sind... Hapsen. Ne. Ach, warst du so weit hinter mir? Ich weiß noch gar nicht, ob er gerade angezeigt hat, dass ich auf den Fassagen geschossen habe. Ich habe es gar nicht gesehen. Ja, hat er, hat er, hat er. Hat er? Okay, weil ich habe bloß Kacke-Spürchen. Ne, ich habe hier eine Fußspur gehabt, aber hier ist... Oder was ist hier? Was ist hier? Nein, leider noch Fußspuren. Schade, ne, hier ist... Ich habe leider auch nicht getroffen. Gar nichts, weil meiner ist da hinten noch gegen den Baum geklatscht. Warum zeige ich jetzt gar mit den Fingern da hin? Ich muss jetzt unbedingt mal da hinten gucken, ob da irgendwie noch Blutspuren sind. Nicht, dass ich ihn getroffen habe. Und, ähm... Das wäre ärgerlich. Ich dann, dann, ähm... Gleich Haube kriege ich vom Dock, wenn ich mich auslogge. Also, meine liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich was gefunden habe, melde ich mich. Wenn nicht, sehen wir uns beim nächsten Jagdwild. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Vergiss es. Ne, der ist hinter dem Baum weg. Schade. Der hat auch nicht gesessen. Huch. Der ist direkt über mich rüber geflogen. Der ist direkt hinter uns gelandet, da die Spur, die da hinter dir ist. Ja. Ich habe da gedacht, ja, okay, vielleicht fühlt es noch was. Aber, ähm, ne, auch nicht. Der ist weiter geflogen. Schade, schade, schade. Habe ich das lange gebraucht. Ja, ich habe den dann irgendwie verschwinden sehen. Das war sehr merkwürdig. Ich hätte vielleicht noch drauf schießen können, aber der war irgendwie aus meinem Renderbereich. So, dem Chaos, der dicker Kopf ist gerade vor dem Wildschwein. Ähm, ja. Wir lassen das mal mit den Fasanen und kümmern uns jetzt lieber was um die Wildschweine da hinten. Das ist nämlich die... Oh, 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 oh. Das ist nämlich die Gruppe von gerade. Ähm, ja, Chaos hat's dein Tierchen schon für heute. Ja. Wenn du nichts dagegen hast, mein Lieber Chaos, dann schnapp ich mir jetzt dieses Weibchen da vorne. Ja, mach das. Und wir versuchen mal mein Glück. Schöner Schuss, lag direkt. Guck gerade nicht, dass ihr eins auf den Zuhorn dran kommt. Nö, die rennen jetzt eh weg. Weil ja nichts war nämlich weg. Die rennen ja eh vom Knall weg. Und wir schauen direkt mal nach diesen... Blöder Fasan. Schon wieder bei uns rübergeflogen, olles Weibchen. Ähm, wie gut, dass ich nicht so auf die Statistik von der Waffen achte. Denn das waren gerade... Was warst du denn da? Äh, irgendwie hing mein Spiel gerade. Achso, okay. Ich wollte eigentlich nämlich gerade schießen, aber der hat meinen Bogen, bevor er den Pfeil eingelegt hat, hochgenommen. Das ist natürlich mal eine gute Idee, zu schießen, wenn der Bogen leer ist. Ja, normalerweise, wenn du den aufbruchst, dann holt er den ja eigentlich. Bei dir war nach Gewicht bemessen? Ja, bei mir war nach Gewicht. Okay, schauen wir mal. Können wir mal vergleichen, ob ihr auch nach Gewicht bemessen? Ja, wir sprechen nicht drüber. Oh, süß, ne? Sah so groß aus. Oh, die Farbe gefällt mir. Ist ein schönes, dunktes Tier. Ja. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Tier wieder. Also bis dann, tschö. Bis gleich. So, da sind wir wieder und wir können es nicht sein lassen. Da vorne ist wieder ein Fasanmännchen und ihr könnt euch denken, was jetzt passiert. Wir drei, mit zwei Bekloppten versuchen wieder mit Pfeil und Wogen das Ding niederzustrecken. Das muss doch zu schaffen sein. Das kann ja nicht sein, dass das vollkommen unmöglich ist, dieses Tier. Ähm, warte mal Chaos. Ich will noch mindestens auf 30 Meter fixen rankommen. Ja. Ähm, okay, ich bin soweit, wenn du soweit bist. Alles klar. Sag Bescheid. Achtung. Moment, ich bin im Ziel. Ich kann den Bogen nicht hochnehmen. Ich kann den Bogen nicht hochnehmen. Versuch's jetzt. Ich kann den Bogen nicht mehr hochnehmen. Stell dich hin. Jetzt. Ne, ne, gar nicht. Waffe wechseln. Wechsel mal die Waffe. Hab ich schon. Ich kann den Bogen nicht mehr hochnehmen. Jetzt wieder den Bogen. Jetzt legt er einen. Ne, ich kann den Bogen gar nicht mehr hochnehmen. Wie ist es bei mir kaputt, Spiel. Okay, ich versuch mal den zu schießen, weil ich glaube, ich verflapp das ja bei mir und dann starten wir mal kurz das Spiel neu. Ne, es geht bei mir nicht mehr. Ach. Drecks. Viech. Fasan. Ich mach's bei mir jetzt mal ganz, ganz einfach. Ich nehm mal kurz die Pfeile gleich raus aus dem Inventar. Okay. Dann machen wir jetzt. Na gucken. Äh. Und während der Chaos oder ich versuche, das Problem zu lösen, schalte ich euch wieder ab. Bis gleich. Bis gleich. Hallöchen, da sind wir wieder. Und zwar... Einmal haben wir dort ein Weibchen von der Fünfergruppe von ganz am Anfang. Das eine Weibchen gehörte wohl nicht mit dazu, da hat sich irgendwann dazu gesellt, was ich gerade eben geschossen hatte. Das hier versucht der Chaos zu schießen. Und ich habe gerade hier im strömenden Regen, da hinten... Das dreht übrigens wieder um gerade. Ja. Da ein Tier gesehen, auf 130 Meter, ein Weibchen. Und wir wollen mal schauen, ob was hinkriegen, wenn beide Tiere stillhalten. Das andere ist gerade umgedreht. Ich ruf mal, ja. ...ne Dublette schießen. Also Chaos versucht sein Tier zu schießen. Es hat sich nämlich gerade umgedreht. Okay. Ähm. Chaos versucht das Tier zu schießen und ich versuche den hier zu schießen. Oder die hier. Wenn sie sich denn nochmal zeigen sollte. Weil die ist jetzt gerade... Die rennt gerade weg. Ja, meine ist auch weg. Damit hat sich das Versuch, der Versuch schon wieder erledigt. Also ich würde es gerne mal versuchen auf 130, aber... Du versuchst! Mal gucken. Ist es überhaupt... Da ist es. Mal sehen. Wo ist es denn? Da ist es. Mitten im Links. Echt? So. Wolltest du dein anderes auch versuchen, oder? Ich hab's verloren. Ich sehe es nicht mehr. Also darf ich, ja. Bevor er frei ist. Ich sehe es gar nicht mehr. Das ist das Tier, was du meintest. Da lief es, verdammt. Ach, da ist es. Es rennt noch, es rennt noch, es rennt noch. Schieß mal drauf. Es liegt. Okay. Ich hab's nicht mal gesehen mehr. So, wollen wir mal hin? Äh, ja. Wir gehen mal hin und nehmen mal direkt die lieben Zuschauer mit. Und während wir uns auf den Weg dahin begeben, können wir ja von anderen Thematiken reden. Zum Beispiel, ich hab ja in meinem Blog geschrieben, dass es aktuell 2 zu 2 steht. Und in der internen Chaos-Dracheus-Wertung, wer schießt mehr seltene Fellfärbungen. Und ich hab euch ja noch gar nicht gesagt, was der Chaos als zweites geschossen hatte. Und zwar, ähm, bevor ich mein Elchweibchen geschossen hab, den gecheckten, ähm, hatte Chaos nämlich noch ein Wildschwein-Albino-Weibchen geschossen. Ja. Wir waren uns jetzt nämlich grad nicht sicher, ob wir euch das schon erzählt haben oder nicht. Also, Chaos ging mit 2 zu 1 in Führung mit dem Albino-Weibchen-Wildschwein. Das war kurz nach der, nach der, ähm, ähm, Elchjagd. Und dann ging ich halt mit dem Weiblichen-Elch-Checkt, äh, bin ich dann nachgezogen. Und daher das 2-2-Ergebnis aktuell. Wir werden euch natürlich auf den laufenden Leiten... Genau. Ich bekomm mal, was läuft denn da links? Sitzt es noch, oder... Versagen. Sitzt es, oder liegt es? Wollen wir sie sehen? Ich seh's, ich seh's ja gerade nicht. Ey, ich bin mir sicher, es hat sich hingelegt. Doch, da. Aber es bekommt keinen roten Kreis, also ist es tot. Ähm, ja. Du hast es irgendwie im Blick? Ich weiß nicht, wann ich muss es. Kar, oder ich bin zumindest gerade auf die blöde Idee gekommen. Wir, wir machen doch mal ein World of Best Musikalbum. Da es aber ein bisschen dreist wäre, wenn wir für einen, ein World of Best Musikalbum machen würden. Machen wir doch mal eine Dracheos Best-of Musikliste. Oder eine Dracheos und Karos Best-of Musikliste. Ähm, das Ganze so ein... Es ist jetzt eigentlich nur, äh, just for fun. Es ist keine echte Sache, die wir umsetzen würden. Es ist einfach nur eine spaßige, äh, theoretische Angelegenheit, ne? Also unsere 20 Lieblingssongs. Ähm, in einem sogenannten Musik-Doppelalbum. Ähm, ich hab aber keine 20. Ja. Karos, wie viel hast du zusammengekratzt? Geistig in meinem Kopf? Äh, geistig noch gar nichts. Noch gar nichts? Ach, bist du schlecht vorbereitet. Ich bin, ja, ich bin, äh... Ha! Ich hab hier meinen Zettel. Uh, mein Zettel. Ich hab hier meinen Zettel. Ich such gerade, ich such gerade die Blutspur. Ähm, ich bin mir sicher, es gab hier irgendwo eine Wildsau. Ich hab doch gesehen, wie sie zum Boden gegangen ist. Hier liegt sie doch auch. Na gut, dann gehen wir erstmal. Wah! Ist grad weggeflogen, kam wieder angeflogen. Ach, da. Ähm, mein Musikgeschmack ist allerdings querbeet, muss man dazu sagen. Also ich höre fast alles, was es gibt. Fast alles, muss man dazu sagen. Also bei mir wäre zum Beispiel mit der Brei... Mit der Brei. Was hast du denn? Äh, Körperschädel, linke Lunge aus 122,3 Metern. 122,3. Es atmet noch ganz schwer, ich seh es. Ist ein Weibchen mit 269,176 W. Dann ist es besser als meins. Ähm, bei mir wäre zum Beispiel mit auf diesem Album drauf, auf diesem theoretischen Album, ähm... God gave Brock a Roll to you von Kiss. Zum Beispiel. Okay. Oder von Queen, äh, Who wants to live forever? Der Titelsong zur Highlander Serie. Für den, den das Lied an sich nichts sagt. Natürlich auch die, äh, Bohemo Rhapsody von Kiss, äh, von Queen. Logisch, muss sein. Jetzt mal ganz im Ernst, Rain's World, Titelsong, muss sein. War glaube ich nur der erste Teil bei Rain's World, ne? Wo das gespielt wurde im zweiten, weiß ich es gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht. Ähm, dieses, äh, dieses, übelst, dieses God gave Brock a Roll to you von, von Kiss ist, ähm... Ähm, der Abschlusssong vom, ähm, von dem Bill & Ted Film, vom zweiten Bill & Ted Film. Ich glaube, Irre Reise durch die Zeit. War das der zweite Film? Mit Keanu Reeves. Einen sehr, 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 sehr jungen Keanu Reeves. Ähm, dann wäre zum Beispiel noch, ähm, das Requiem von Mozart mit dabei. Ich sag ja, ne, quer, also nicht, 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 äh, ganz so zusammen passende Sachen. Von den Ärzten natürlich Schrei nach Liebe. Ja, natürlich. Ähm, ein zweiter, so absoluter Favorite Song fällt mir nicht ein von der Ärzte. Vielleicht Dauerwelle vs. Mini-Plee. Stumpfes Gegröle ohne Sinn und Verstand. Wäre auch noch was. Ich würde sagen... Das fand ja eigentlich, also ich, ich, ich persönlich fand ja auch, äh, auch wenn es relativ neu ist, aber, ne, was heißt neu? Neu ist es ja auch nicht mehr. Äh, aber Junge fand ich von denen eigentlich gar nicht mal so schön. Das war irgendwie so... Ähm, guck mal auf die Map, bitte. Hat eine schöne Aussage. Ja, ich guck Map, ich guck Map. Gehen wir mal hier so hin. Ja, würde ich so auch sagen. Okay. Ähm, dann wäre für mich noch mit dabei von, ähm, äh, Led Zeppelin's Stairway to Heaven. Ich bekomme eine SMS, wahrscheinlich von meiner Frau, die mir jetzt sagen würde, Schatz, du erzählst Scheiße. Die ist wirklich von meiner Frau. Das Lied vom Scheitern? Echt, von den Ärzten, das Lied vom Scheitern? Ja, meine Frau sagt, das Lied vom Scheitern muss auch noch mit drauf. Okay. Ähm, denn schon mal... Jetzt, 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 jetzt kommt's, jetzt kommt's richtig schlimm. Und zwar, Schalkowskis Overtüre von 1812. Ich wette, du hast das schon, hast die schon gehört. Noch bevor ich dir den Link geschickt habe. Hast du zufällig den Film V wie Vendetta gesehen? Ja. Die Szene, die Szene, wo die Bomben explosieren. Dieses, diese Musik, die er dabei im Hintergrund spielt. Weil die Bomben ja schon so im Takt explodieren. Oh Gott, das ist schon ewig, ja. Ja, guck es dir einfach nochmal an. Moment. Ja. Was ist das da vor meiner Nase? Das sieht so ganz komisch aus. Einen Moment. Bevor ich mich... Okay, nur ne Sule. Hätte auch ein Wildschwein sein können. Ähm, das ist die Overtüre von 1812. Von Schalkowski. Ah, okay. Ich singe das jetzt nicht vor. Ähm. Finde ich? Nein. Ein Fresshint. Aha. Dann wäre zum Beispiel noch mit dabei, natürlich, äh, Thunderstrike von ACDC. Hallo. Muss sagen. Ähm. Die Walküre von Wagner. Auch immer fälschlicherweise als Ritt der Walküren bezeichnet, glaube ich. Bin mir aber gerade ganz nicht sicher. Weil ich hab, äh, die Ritt der Walküre nie gefunden und nur die Walküre von Wagner. Nächstes Mal. Ich hab einen, 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 ich hab einen, 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 einen Dingsbums gefunden. Ein Pilz. Ich hab eben auch einen gefunden gehabt. Ich bin fast mit dem Fuß draufgetreten. Dann wäre es Fußpilz. Oh, der war so schlecht. Der tut weh. Ich entschuldige mich viermals für diesen schlechten Witz. Ich, ich, ich werfe mal was anderes ein. Ich hab hier eine neue Spur eines Wildschweins in Richtung, in die wir nicht gehen. Okay, dann gehen wir in die Richtung, die wir jetzt gehen. Du gibst die vor. Ich erzähl weiter meine Liste. Was? Ja. Also wir gehen in Richtung Wildschwein. Ja, du gehst vor, genau. Richtung Wildschwein. Ähm, dann wäre noch dabei Wind of Change von den Scorpions. Natürlich, natürlich. Ja. Die Scorpions. Äh, finde ich muss sein. Von denen übrigens auch Humanity, wer es kennt. Ähm, sagt mir jetzt nichts. Würde ich jetzt einwerfen, weil, äh, finde ich ein schönes Lied, wo es halt genau darum geht. Okay. Ähm, dann von Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Schönes Lied, was richtig, richtig zum Nachdenken anstimmt, wenn man sich den Text mal anhört. Trifft heute zum großen Teil sogar noch zu, finde ich. Ähm, von Falco, Genie. Klar, Falco, ne? Logisch. Mir fiel aber nur spontan Genie ein. Ich hab gesagt, boah, Falco muss eigentlich mit drauf. Falco müsste auf so ein Album mit drauf. Mir fiel eigentlich nur Genie ein. Ich bin gerade überlegen. Obwohl ich, obwohl ich, ähm, zwei Alben von Falco hier habe, die ich eigentlich regelmäßig rauf und runter höre, fällt mir immer nur Genie sofort ein. Gleich, weil es mir das bekannteste Lied von ihm ist. Ja, wahrscheinlich. Also Genie Teil 1 wäre das denn, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, drei, drei Teile waren es, glaube ich, gewesen. Der dritte Teil, der muss beim Best-of-Album mit drauf jetzt. Ähm, jetzt kommt ein Titel, der so lang ist, dass der fast die Länge des Liedes ausmacht. Und zwar vom guten Meatlove. In the Land of the Pig, the Butcher is King. Okay. Ähm, jetzt kommt der größte Witz. Dieses Lied war Inhalt der ursprünglich geplanten Batman-Opa. Äh, des Batman-Musicals. Wollen wir ein Reh nehmen? Ja, wäre schön. Das möchte, äh, ja, kann man machen. Ähm, und zwar nachdem der zweite Batman-Film mit... Kannst du hier, ganz kurz, kannst du hier hinhocken und ich ruf's oder... Ähm, kann ich machen, ja? Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Willklima, ne? Frauchen? Batman, die ersten zwei Filme, Willklima? Nein. Wie hieß der? Michael Keaton. Michael Keaton, ich nehm alles zurück. Michael Keaton. Äh, Michael... Michael Keaton. Ähm, der... Batman, der allererste Batman-Filmschauspieler. Ähm, mit der richtig im zweiten Film die geilste Catwoman-Era. Ich hab noch nie eine bessere Catwoman gesehen. Sie ist immer noch die beste Catwoman, die es gibt. Ähm, und dieser Film... Oder nach... Basierend auf diesen zwei Filmen... Wie komm ich auf Weltklima? Hat er noch nie ein Batman gespielt? Hat er das Phantom gespielt? Ähm, egal. Ähm, basierend auf den zwei Filmen sollte es eine... Also sollte es ein Batman-Musical geben. Okay. Was ja erst vor ein paar Jahren wieder rausgekommen ist. Also da ist es wirklich rausgekommen. Ich seh es übrigens immer noch nicht, das Reh. Und, ähm... Ich hab's gesehen, aber ich sah es auch noch nicht. Dieses Musical, da war halt dieses... Da war das ein Titelthema von. In the land of the pig, the butcher is king. Ah, siehst du mal. Ähm, schön ist... Schön ist ein schöner Titel. Kann man sich immer wieder mal anhören. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Sich das Lied mal reinzuziehen. Ansonsten... Chaos erschreckt mich nicht so. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich seh es, ich seh es, ich seh es. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich hab irgendwie auch grad was in den Augen sehen. Sehen. Ist tot. Ähm, ansonsten von... Jetzt mögen mich einige Leute hassen, aber ich liebe dieses Lied. Ähm, The Earth Song von Michael Jackson. Den, ja. Aber warum nicht? Da war übrigens mehrere. Egal, ich hab das Männchen geschossen, was da gesessen hat. Wer sich so kackendreist vor meine Flinte hinsetzt, der wird erschossen. Ich hab's nicht mal gesehen gerade irgendwie. Ja, ich hab's nur gerade aus dem Augenwinkel in der Sekunde gesehen. So, meine Frau wirft wieder mal eine SMS-Joker ein. Ähm. Garden of Eden. Wenn du mir jetzt noch sagst, wer's gesungen hat, dann nehm ich's mit rein. Und von Rammstein, du riechst so gut. Rammstein muss sein. Schnüff, schnüffel. Ich mag den Song. Ich kenn, ich bin... Äh, was heißt ich nicht? Mein Pilz. 20 Gramm. Ähm, Garden of Eden. Rauchchen tut es wahrscheinlich Wikipedia, wie die Band heißt. Die hat die gesungen. Oh, fern wir rein. Smoke on the Water von Deep Purple. Ja. Was haben wir denn hier? 164. Ist doch auch ein schönes Ziel. Das ist, äh, schön, ja. Ähm, es klingt aber voll kacke. Hm. Äh, kommst du ja. Blub. Blub. Wir schieben das Ziel mal zurück. Das wäre jetzt so die bisjetzige... Meine bisjetzige Liste. Ich werfe auch nochmal ein Lied ein. Ja. Äh, von, äh, Linkin Park. Äh, hier. What I've Done. Zum Beispiel. Da hab ich eigentlich noch ein paar mehr. Aber What I've Done fand ich eigentlich schon... Äh, ja. Ja, kann man mit dazu nehmen, ja. Wobei die ersten Lieder mir natürlich besser gefallen haben. Also, wo es alle haben schreit. Ähm. Ja, da kann man... Was, was fällt? Deswegen, also es wäre ein, wäre eins, also bei den... Wäre, wäre, wäre... Da bin ich da immer, immer, ähm, drauf und dran, so. Wenn ich, wenn ich so da gute Läten nennen müsste, oder so, würde ich wirklich mehrere, weil... Ja. Da kann man sich... Also, ne, Linkin Park macht einfach gute Lieder. Von Metallica, Whisky in the Jar und Die Die. Ja. Auch Spaßtitel, komischerweise, muss ich sagen. Finde ich zumindest. Also, für eine Band wie Metallica... Selbst für eine Band wie Metallica sind das in meinen, meinen Ohren Spaßtitel. Ja. Soll ich nochmal eins rufen? Du kannst gerne ein Reh rufen, oder auch ein Wildschwein. Ne, ich, ich guck mal, ob ein Reh antwortet. Ja, schau mal. Nein, das war ein Fasan. Ähm, fällt dir denn noch irgendwas ein, gerade? Ich überlege gerade eins. Spontan, ähm... Wie gesagt, es muss, muss nicht... Ich überlege, ja, ich überlege... Es muss jetzt nichts Neues sein, es kann auch was Altes sein. Mein Frauchen hat gerade ihren Telefonjoker genutzt und hat geguckt, von wem das Lied Garden of Eden ist. Es ist von einem Butterfly. Da rechts ist ein Schwein. Ein Butterfly, ein eiserner Schmetterling. Da rechts ist ein Schwein. Wo? Zwischen den Bäumen. Genau, das war's, das war's, was ich gerade auch so irgendwie noch gesehen hatte. Schläft das? Ne, es sitzt da und frisst. Ja, Chaos, denn, ähm... Das ist ein Blattchen. Du bist dran. Warte, ich, ich hock mich mal weiter vorne. Ah, da kommt natürlich auch noch ein schönes Reh. Ja, scheiß auf das Reh. Da ist noch ein Wildschwein. Ja. Wir gehen mal, komm, lassen wir einfach noch hier weiter rüber gehen. Ja. Dann kriegen wir vielleicht diesmal eine Dublette hin. Also jeder ein Wildschwein. Yay. Was hältst du davon? Das haben wir beim Tausender Schuss auch hingekriegt, fast. Ja, genau, das war schön. Ich hab übrigens im Forum auch was gelesen, wie die, äh, wie man das machen kann, wenn man sich jetzt nicht gerade über TeamSpeak oder so unterhält. Öp, chat. Weil, äh, der, ne, ne, der, äh, Pfeil, das Pfeifen verscheucht ja nur Fasane und Co., aber keine anderen Tiere. Also das erste Wildschwein kommt auf und zu, Chaos, das gehört dir. Ja, ich seh's gerade. Wenn du mir jetzt sagst, jetzt bist du soweit, denn, dann kann ich eigentlich auch. Ach, du kannst eigentlich auch, okay, dann würde ich doch mal sagen, Ich nehm die Waffe hoch und, ähm, ich kann. Drei, zwei, eins, Feuer! Jo, meins liegt. Meins kann ich nicht beurteilen. Doch, meins rennt noch. Meins ist weg. Ist weg? Äh, ich hab's aber, glaub ich, schlecht getroffen, deswegen kann das durchaus sein, dass wir das jetzt ja stundenlang suchen dürfen. Ach, schade, sonst hätt ich jetzt gerade nochmal rausgezuckt. Ist hinter den Hügel verschwunden, deswegen. Ah, verdammt. Ich hab's aus den Augen verloren gehabt, dann hab ich erst wieder, wie die Waffe weg war, gesehen. Aber wir sammeln erst mal deins ein. Ja, ich dachte, dass wir meins auch nicht so schön erwischen, aber es scheint doch ein Lungentreffer geworden zu sein. Ähm, ja, ich hab, bevor du die Waffe hochgenommen hast, schon im Ziel gehabt und Luft angehalten. Ach so, okay. Jetzt mach ich immer erst kurz vor, wenn du anfängst zu zählen. Ach so, du wartest immer drauf, dass ich zähle. Das ist natürlich schön zu wissen. Okay, ab. Ja, wenn du zählst. Wenn du zählst oder so, wenn du sagst, okay, wir schießen oder so und du fängst dann an runter zu zählen oder so, dann, äh, also wenn du das vorgibst quasi, dann nehme ich die Waffe erst dann hoch, wenn du mit drei anfängst, damit ich halt, äh. Ich hab hier die Lutspur, es ist, jetzt Lungentreffer, es liegt irgendwo tot in der Ecke. Boah, hier ist auch nochmal ne fette. Ich wollte eigentlich noch ne Fette. Es ist genau auf derselben Spur zurückgelaufen, das Mistviech, ey, ich hasse es, wenn sie das machen. Ähm, fällt dir noch spontan irgendwas ein? Ne, also jetzt gerade irgendwie. Jetzt gerade nicht mehr. Okay, ich sag mal, danach ist auch die Runde beendet. Oh, ich hab's gar nicht gesehen. Körper, Schulterblatt, rechte Lunge. Cool. Ach, ist das süß. Guck's dir an. Oh. Ähm, ansonsten, meine lieben Zuschauer, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr so ein für euch Best-of-Album kreieren möchtet, müsstet. Ihr könntet jede Band reinnehmen, die euch Spaß macht, die Musik, die euch richtig gefällt. Welche Lieder würdet ihr reinschmeißen? Um das Ganze nicht ganz so voll zu protzen, um zu klatschen, unten würde ich mal sagen, maximal vier Titel pro Nase. und Kommentar. Und jeder bitte nur ein, wenn er was reinschreibt. Ja, bitte, jeder bitte nur, also ein Musik-Kommentar dafür. Andere Kommentare könnt ihr da reinklatschen, was ihr wollt. Aber in Bezug auf dieses Thema nur jeder ein Kommentar und jeder nur maximal vier Lieder rein. Jetzt muss ich natürlich die Spur suchen, ich finde sie gerade nicht, du olles Reh, halt die Klappe. Ich schieße es, du suchst die Spur, ich gehe schießen. Ja, ich finde nur keine Spur. Ach so, das ist jetzt aber schlecht. Findest du irgendwo eine Spur? Also ich habe ja jetzt weit und breit auch keine gesehen, ich wusste, ich habe es leider auch nicht gesehen, wo es ist, deswegen. Ne, ich habe auch gar keine Spur, also, ich habe das Wildschwein ja gesehen, aber ich sehe keine Spur. Egal, es ist ja da oben hinter dem Hügel verschwunden, dann muss ja da irgendwo eine Spur sein. Ja, da kommt übrigens gar nicht ein Reh. Mir egal. Aber kann ich meinen Bogen jetzt eigentlich wieder hochnehmen? Nö. Ne, mein Bogen ist immer noch kaputt. Hier ist eine Spur. Wenn das jetzt nicht ein Kackehäufchen wäre, wäre das auch eine interessante Spur für mich. Da ist noch eine Spur. Meine lieben Zuschauer, also ihr könnt euch ja noch was überlegen, ich schmeiße euch mal kurz raus, während wir hier noch auf Spurensuche sind, um das Wildschwein zu finden. Wenn wir es gefunden haben, melde ich mich wieder zurück. Bis gleich. Bis gleich. So, meine lieben Zuschauer, wir sind eigentlich auf den letzten Metern dieser Folge angekommen, hatte ich gehofft. Aber die Wildsau von gerade schlägt mir da wohl irgendwie ein Schnäppchen dazwischen. Also, wir fangen mal an. Hier ist eine Fluchtspur. So, den nehmen wir auf. Der Kegel zeigt nach da, das heißt, irgendwo da ist die nächste Spur. Aber wir sehen sie schon, das ist denn hier die Blutspur. Nehmen sie auf, sagt der bekannte Spur, flüchtendes Tier, wieder weiter in die Richtung. Zeigt uns aber hier an. Nee, den liegt hier schon die Spur. Nochmal Blut. Passt, hier rennt bloß noch ein blutendes Tier rum, das ist meins. Also ist das die, die sagt, weiter in die Richtung. So, gehen wir da lang und sehen, oh, guck mal hier, hier blinkt noch eine Spur auf. Gucken wir mal, was ist es? Man sieht schon unter den Blättern durchgucken. Blut. Nehmen wir auf, gucken wir, Blutspur, Eingeweide-Treffer. Kein schöner Treffer, Tier rennt weiter in die Richtung. Gut, wir nehmen die Spur hier auf. Das Tier hat sich wieder beruhigt anscheinend und ist ziehend. Und ab jetzt ist es weg. Wir haben alles abgesucht, was hier irgendwie ist. Eine ziehende Spur gesucht, irgendwas anderes gesucht. Das Interessante ist ja auch, dass, als wir die letzte Spur von dem Tier gefunden haben, war der Kreis noch so klein, dass es eigentlich hätte in Sichtweite irgendwo liegen oder stehen müssen. Richtig, dazwischen ist es ein gestrichelter Kreis. Das heißt, das Tier befindet sich irgendwo außerhalb des Kreises. Also es bewegt sich noch. Es kann, es kann, es kann außerhalb. Das ist ja das Alter der Spur. Achso. Es hätte von uns gar nicht so weit sein können, ohne eine andere Spur zu hinterlassen. So, der Schrei ist auch irgendwas anderes. Ja, aber selbst wenn ich hier runtergehe, ich finde diese Spur nicht mehr. Das ist hier, wo es so ein Bogen. Bögen sind Spuren, aber nicht die, die ich gerade verfolge. Weil das sind mal die geschlossenen Bapsels. Der Geruchsreduzier ist abgeklungen. Ja, ist tot. Was ist das denn? Ich hab's, glaube ich. Oder? Ja, ich hab's, ich hab's. Tot? Komm zu mir, ja, ist tot. Hier, hier ist die Spur. Guck mal, ich bin 180 Meter von dir weg. Das ist einmal zurück quer übers Feld und es wagt rum. Ist es bei dir? Ja, hier, genau hinten bei mir. Ja, wie ist denn das da hingekommen, ohne eine Spur zu hinterlassen? Weiß nicht, hier ist noch eine Spur. Hier sehe ich sie. Hier ist noch eine Blutspur. Genau hier. Na, das ist, das ist so ein Phänomen, wo ich wieder sage, boah, Alter, da kommt doch keiner auf die Idee, die da zu gucken. Jetzt mal ganz im Ernst. Das muss irgendwie ganz komisch gerade sein, weil hier ist auch noch eine Spur und da rechts liegt es. Hier ist eine Spur, guck mal. Ah, nächste Mal. Aber wir haben eine Fluchtspur, komischerweise. Das heißt, die ziehende Spur von da hinten war eine vollkommen falsche Spur, weil es hier wieder am Plüchten war. Wahrscheinlich alt. Ne, die war genauso alt, wie die Blutspur, die davor lag. Ein Keiler. Das hat mich ja so verwirrt. Ein Keiler. Hast du schon eingesammelt? Nö, aber ich sehe die Hauer. Achso. Ich warte hier jetzt. Ja, ich sammle noch. Ach, ich komme einfach rüber. Scheiß auf Spuren sammeln. So, dann sammeln wir den jetzt noch ein. Gucken wir mal an, was wir für den Baby da geschossen haben. Und dann war es das schon wieder für diese Runde, Hunter. Wir sind schon wieder in Überlänge mit, ich sag mal, fast einer Stunde. Ähm, ihr habt, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne? Jeder ein Kommentar. Maximal vier Lieder. Genau. Und Interpret. Wenn das Lied gecovert wurde von einem anderen Interpreten und euch gefällt das Cover besser, dann natürlich das, von dem es euch gefällt. Logisch. Darum geht's. Und mal gucken, wie viele Lieder wir zusammen kriegen. 7,92. Ja, siehste mal. Dann machen wir doch mal einen Trophyshots von, ne, wa? Ja. Ich lipp's, bevor es anfängt zu regnen. So. Und damit verabschieden wir uns mal von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Denkt dran, heute, äh, also diese Folge kommt ja eigentlich um 15 Uhr raus. Also wird sie auch kommen. Und um 17 Uhr gibt's einen neuen Blog von mir. Schaut da einfach mal dran vorbei. Den kennt der Chaos nämlich auch noch nicht. Der kennt auch nicht mal das Thema von dem Blog. Hahaha. Und, ähm, wird auch lustig, ist allerdings wieder viel zum Lesen. Und es wird eine ganze Reihe und bla und blub. Ich wünsche euch damit viel Spaß, viel Spaß mit der Folge. Der Chaos wird jetzt noch nicht schlafen. Und wir sehen uns dann am Montag wieder mit drei neuen, oder mit drei Videos am Tag dann. Also bis denn, tschööö. Tschööö. Tschööööö. Tschööö.